So, jetzt nochmal. Hello und Willkommen. Was heißt nochmal? Für mich nochmal. Für euch das erste Video. Ich wollte ein Testvideo machen mit meiner neuen 360 Grad Kamera. Ja, ich habe jetzt hier schon einiges rausgefunden durchs Probieren und Fehler machen. Ich kann ja so einen Tiny Planet Effekt machen, den ich, wie ich dachte, hier in der App schon mir anzeigen lassen kann und damit aufnehme. Aber nein, ich kann ihn mir nur anzeigen lassen und muss dann den Effekt auf dem Handy danach rein editieren. Ansonsten wirkt das nicht. Und außerdem habe ich eben aus Versehen alle Videos gelöscht, die ich eben gemacht habe. Ja, und ich kann auch, ich hoffe mal, ich kann das auch in dem Video mit mehreren Effekten, beziehungsweise nicht mehr Effekte, sondern den Effekt, wie ich es jetzt zeigen will, auch invertieren, quasi zu einem Hohlplaneten. Wenn, dann werdet ihr das jetzt wohl gerade sehen. Ja, ich will ja auch nicht so ein langes Video machen, nur mal so zum Umprobieren. Und zum Angucken, wie es auf YouTube wirkt. Ja, und ich denke, gleich kommt noch ein 360-Grad-Video, ein richtiges.